Bauer sucht Frau, Baby für Anna-Luise und Max? Sehr verletzend.Bauer sucht Frau-Kandidatin Anna-Luise und Landwirt Max haben sich in der TV-Show kennen und lieben gelernt. Annas Fans sehen nun den nächsten Schritt und häufen sie mit Fragen über eine mögliche Schwangerschaft zu. Bauer sucht Frau, Anna wird mit Babyfrage bombardiert.Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin Anna-Luise, 26, hat ihr Glück in der Show gefunden. Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit mit ihren Fans, wie glücklich sie mit Landwirt Max ist. Doch seit kurzem taucht immer wieder eine bestimmte Frage auf, die Anna einfach nicht mehr lesen möchte. Bauer sucht Frau, für Anna sei es sehr verletzend.Bereits vor einigen Monaten stellte Anna klar, dass ein gemeinsames Kind mit Max erstmal nicht auf ihrer Agenda stehe. Sie möchte es langsam angehen lassen und nichts überstürzen. Trotzdem erhält die Mutter einer Tochter nun immer wieder Kommentare, wie bist du etwa schwanger? Vor allem unter ihrem aktuellen Instagram-Bild häuft sich die Frage nach einer möglichen Schwangerschaft. Für Anna ginge so etwas gar nicht. Sie erwarte kein Kind und findet die Nachrichten unangebracht. Das ist eine Frage, die sehr verletzend sein kann, egal, ob man unzufrieden mit seinem Körper ist. Oder es gibt auch Frauen, die keine Kinder bekommen können, Komma Punkt betont die 26-Jährige. Von ihren Fans wünsche sich Anna, dass sie die Frage nach einer Schwangerschaft unterlassen. Zudem erklärt sie, dass ihre Pose auf dem aktuellen Bild einfach ungünstig sei und sie nur ein wenig zugenommen hat. Für Anna zähle das alles nicht. Sie wollte einfach nur einen schönen Moment mit Max posten. Zudem erklärt sie, dass sie die Musik sehen. Zudem erklärt sie, dass sie sie in der Zukunft nicht benutzt. Was die Frage nach jemandem machen kann ist. Sie können nicht, wie sie in die Kommentare hineingeb entrar in der Tat Acting gut, dielukt nicht zu sehen. Sie können nicht mitmöglichen, dass ein Stück weit mehr ist. Sie können nicht, wie es zu sehen.